Meiste Explosionskills, oha. So, was wollen wir denn noch schönes machen? Wollen wir einfach weitermachen? Dann wäre jetzt die letzte Tokio Mission. Dann können wir das machen. Ja, ich glaub, die war lustig. Ich glaub, die war lustig. Dann müsstet ihr jetzt bitte das Bereitknöpfchen drücken. Ja, 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 sofort. Bin noch gar nicht so weit. Kanda75 abonniert mit Twitch Prime. Kanda! Alter Schwede, leh dich aus dem Fenster! Schönen Dank! Was? Er könnte Kanda75 sein, ich weiß es nicht. So was gibt es hier? Also wer sich wundert, dass wir heute nicht The Forest spielen. Wir spielen heute nicht The Forest, weil Kanda... Uns verordnet! Weil Kanda auf dem Weg hier in den hohen Norden ist und wir werden... Ähm... Bei mir steht hier abbrechen, hä? Nö. Jetzt steht abbrechen. Jetzt wo du gesagt hast, dass du dabei bist. Vielleicht. Achso, okay. Kanda75, lehn dich bitte nicht so aus dem Fenster. Aber wer ist Nigit? Ich weiß nicht, wer ein Nigit ist. Mein guter Freund der Familie. Aha. Ein guter Freund deiner Familie? Ja, ne, insgesamt der Familie. Ich ver... allgemeiner das jetzt mal. Du hast aber viele Freunde. Letztens wurden welche bei dir überfahren. Ich weiß nicht, was da abgeht. Boah. Das stimmt, ihr habt ja zu viel GTA gespielt oder? Glaub ich auch. Was hast du 600 Stunden? Äh, knapp 500. Aber ich... Ihr müsst es erstmal schaffen, meine Ark Survival-Zeit zu toppen, ja? Fast 1300 Stunden. Als ich das gesehen habe, dachte ich auch, ach du Scheiße. Hast du das mal durch 24 geteilt? Wie gemein, dass du mich nicht kennst. Äh... Nigit. Wie lange? Wie lange? Ja. Eigentlich... Ich will nicht sagen von Anfang an, aber schon sehr lange. Ja. Eine Jahresanzahl über eine Monatsanzahl. Moin, Kandor! Sechs Jahre, sieben Jahre. Ich hab einen Freund, der hat innerhalb von ein, zwei Jahren, glaube ich, äh, fast 4.000 Stunden CSGO gezockt. Ich hab einen Freund. Ich frag für einen Freund. Hahaha. Ist klar. Wie gemein, dass ich... Muss ich... Äh... Äh... Sein traurig. Ach ne, geht... Ich... Das ist gemein. Das ist gemein. Ich muss mich auf Zombies töten konzentrieren hier. Vor allem rennt die Olsch hier die ganze Zeit von links nach rechts hin und her. Ja. Aber gut, dass ich heute noch Zombies töten kann. Ich hab... Vorhin musste ich mit meinem Bruder Federball spielen. Aber er hat noch so einen Kalender drin. Hahaha. Geschwisterliebe, ey. Äh... Ich muss mit meinem Bruder Federball spielen. Das war voll scheiße, ey. Aggressionsabbau, Alter. Was ist denn hier hinten? Nein, ich war... Hier hinten sind wir doch noch nie Dings gegangen, oder? Ist hier hinten irgendwas? Was das Schlimmste ist, wenn dein Bruder dich mit dem Federball abzieht. Ja. Der kleine Bruder, der noch die Windeln an hat und so. Und... Schöne... Nein, die Flasche... Ja, genau. Bats! Schön weggezogen, ey. Äh... Hallo? Hallo? Wir sind hinten die Flasche. War es nicht die Mutter von? Jaja, altert auch schnell. Hahaha. Ne, geht traurig sein hier der Keks? Verarsch mich. Wie Keks. Erwählen Keks, Mann. Ich kenne... Ich kenne nur eine Person, die ich mit Keks ansprechen würde. Aber das kann ich mir jetzt fast nicht vorstellen, dass sie hier aufbaut. Deine Frau, dein Sohn... Deine Affäre, keine Ahnung. Genau. In der Einfolge. Cyclone Toast heilen. Ach Quatsch. Hey, 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 hey. Ich brauche nicht. Alles ist tot und eine Granade. Ja, geil. Ja, geil. Ja, geil. Ja, geil. Spaghetti Bolo. Die Spaghetti. Der Fahrstuhl ist aber toll angemalt. Oh, schön mit Fahrstuhlmusik. Geil. Das ist geil. So wie die in diesem asiatischen Hotel, wo du auch so dicht abgrenzt ist. Ich erinnere mich daran. Macht man da nicht nur einen Quadratmeter Zimmer oder was? Ja, keine Ahnung. In Asien hast du alles musikiert. Ach, äh. Können wir jetzt endlich fahren, oder? So. Ja, Danny macht das. Hier, der Keks bezieht sich aber auf den Text von deinem Stream Element. Ach so. Wir kommen Wanderer. Ach, nämlich Keks. Ach ja, okay. Alles klar. Das ist auch alles sehr neu für mich. Das ist das erste Mal, dass ich überhaupt einen Bot einrichten konnte. Und das ist alles sehr spannend und aufregend und neu. So, was ist hier? Sprengen. Oh, ich spreng das Ding hier mal. Sprengen hört sich doch mal gucken. Oh, 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 oh. Let's go. Let's go. Dann steht sie erstmal eine halbe Stunde. Äh. Ihr solltet vielleicht. Aber das Geile ist, dass sie alle möglichst nah dran stehen bleiben. Alter Schwede. Ich fasse es einfach nicht. Ich fasse das einfach nicht. Die riskieren alle lieber weggesprengt zu werden, als dass sie das Loot verpassen. Nee. Ist so schlecht. Alter Schwede. So schnell ist mein Rechner nicht. Ich komm nicht mit. Das ist Battle Royale. Das ist echt geil, Alter Schwede. Hier unten ist glaube ich nix. Wir müssen hier hin. Genau. Munition. Alle Munition. Tastenfeld. Geburtsdatum von... Let's go. Von Luzi. Dritter. Neunter. Zweitausendfeld. Da bist du geboren? Ja. Oh. Fuck ey. Die Leichen hochgehen. Voll die kranke Sauerte. Oh, wie diese Leichen hochgehen. So kommt die Herausforderung, bis das der Letzte so darf. Alter Schwede. Ist das schon wieder ätzend. Ah, da kommt einer. Hier. Wo? Was war das? Oh. Oh. Der war neu. Der war neu. Der war neu. Wir haben Screamer da hinten. Ah, ich bin infiziert. Gott. Hier ist der Kissing. Hier ist der Kissing. Infiziert? Der kann es nach raus. Was? Wer hat wem? Wow. Wir haben so... Von der Seite. Von hinten. Von vorne. Oh Gott. Das ist wie ein echt krasser Porno gerade hier. Gern geschehen mein Freund. Gern geschehen. Gleichen. Wir müssen so ein Control Point. Zweites Tor schließen. Ja, dann nur in Kontrollraum. Da hinten ist interagieren. Wohl irgendwo. Ich bin glaube ich. Ne, doch nicht. Wie sie liegt, aber alles gut. Oh shit. Da musste schnell. Hashtag. Wie viel. Oh shit. Wo ist denn? Hast du? Hast du? Hat jemand da hinten das Ziel erreicht? Ja, ich. Ey, Leute. Wir müssen die Haufen hier mal wegschießen. Kommen wir alle hoch. Haufen! Wenn du unten in die Haufen schiehst, brechen die zusammen. Geht das auf der Haufen? Ja. Das geht auch ganz gut. Wenn unten in den Haufen schiehst, ist alles zusammen. Das kann ich mir gut vorstellen. Ich würde ja mal geil finden. Warum gibt's hier denn keine Munition? Sondern das ist doch hier. Das will ich in dem Moment, wo wir gestartet haben. Ach da! Wenn Konda mit irgendwem anders spielt, eskalieren die Gespräche im Grunde von drei Minuten. Du bist ja? Nein, was? Ja, das Problem ist ja die Bezahlung der Leute, die uns zwingen mit ihm zu spielen. Das ist so laut. Ranuri! Hey, hallo! Ranuri, wir müssen über den Preis echt nochmal verhandeln, damit wir weiter mit hier und erspielen. Niggit sei traurig. Niggit, ey. Ihr kriegt Geld? Komm, löst mal auf, Niggit. Keine Ahnung. Müsste ich dich kennen? Konda, soll sich nicht aus dem Fenster... Ey. Und Konda, bist du gut angekommen, wo auch immer du hingefahren bist? Ich weiß es ja so genau nicht. Oh, da hinten. Erreichen. Steht da. Der lässt sich auch immer gleich flach liegen hier. Ja. Boah, was ist denn da? Das ist ein Straight Job. Boah, hallo? Ey, die Zombies sind eigentlich gar nicht so gesehen. Das tut mir, hat er gesagt. Ich dachte, ich werde kein Englisch kannst, dann sage ich dir, das heißt, schieß mich nicht. Ach so. Jetzt. Jetzt macht das alles Sinn, ne? Hört sich? Oh Gott. Oho. 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 Ich bin low. Ja, wer schmeißt denn deine Granate mitten rein? Echt Büssi. Geht's dir, ey? Ich hab keine Granaten, ich hab Elektroschocker. Boah. Aber den kannst du dann auch nicht reinschmeißen. Dann ist er weg. Was geht? Ja, was geht? Siehst du doch? Wir haben ein bisschen Stress hier. Da hab ich mal deine Granate rein. Die könnten noch leben. Jep. Kraft sammeln für die Fahrt morgen. Wein und Bier sind im Kofferraum. Na ja, was machen die denn da? Die gehören auf die Armlehne. Das Problem an Wein und Bier ist ja, dass irgendwie noch nach Hause gefahren werden ist. Wer muss nach Hause gefahren werden? Ja, ich dann. Äh, wieso? Lässt dich total volllaufen und wenn die Polizei dich anhält, fängst du an zu husten einfach. Dann kocholini dich nicht. Corona. Ja, you shot me. Kein Wunder, Luzi, dass ich dich erschossen habe, weil ich gerade am Schießen war und du direkt vor mich gelaufen. Das hatten wir, das hatten wir vor einem halben Jahr auch schon, oder? Ja. Geil. Nichts dazugelernt. Soviel zum Homeschooling. Ich bin immer noch nicht besser im Video spielen geworden. Naja. Genau, es gab quasi keine Weiterentwicklung. Ich bin wie ein Pokémon, nur ein Scheiße. Achso, Pokémon war noch nicht scheiße. Oh, Bull, 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 Bull. Hat mich verfehlt. Wo ist er denn hin gelaufen? Tschau. Ich hatte eben die, die es dir verfehlt. 10. Wuru. Oh, oh. 2 Gasbags hinter mir. Es bekommt noch einen Bull? Oder was? Nee, meine Vitamin 8, ich 5 in die Richtung. Ich trage mich bei einer Autof. Echte Auslauf-Modelle. Ich will dich hätten, aber wenn wir die punkte nicht erreichen, dann geht es hier immer weiter. das sollten wir wahrlich tun mag es kaum zugeben aber du hast wohl recht ja ja da will ich lauf so ach so auf der armlede steht der djinn alles klar habe ich verstanden dafür gibt es einen extra begriff explodieren die gliedmaßen wir erwarten das nennt sich genau wieder genommen hier egal genau hier genommen da ist ein wohl nicht glaube ich die blaue wolke solltest du dringend mitnehmen ja die blaue wollen wir sollten aber die grüne hast du eine blau grün schwäche haben blindheit genau also blaue wolke heilung beziehungsweise kein schaden beziehungsweise gut getarnt nur deine bummel klingt ja nicht mehr so geil sollst du dir überlegen wir bekommen glaube ich von hinten besucht was ist eure mission sie haben mich sie haben mich hört auf geht kommt zurück kommt zurück ich kann so schnell weglaufen ich hab blau grün blau grün ja genau da lag am boden wehrlos ich meine injektion verteilt schön dass du rein schaust leute kommen die granate ist nur eine lösung für gruppen von zombies nicht von gruppen von mitspielern ja doch auch doch auch eine auch dafür eine lösung aber nicht so schön deswegen haben wir stadtverweis wir kommen verlassen kann doch nicht verlassen bis samstag genau wir sehen das samstag wieder alle frische wir können das oh guck mal hier eine boombox nein nicht am machen wir müssen jetzt eine verteidigung aufbauen ich hab dich gemacht ich hab dich gemacht er wisse mich als wir das muss hier den DJ fragen also sich dabei gedacht hat er muss sich hier ja was das war hatte ich schon irgendwie Rammstein oder so erwartet Rammstein warum an die du pass auf links von dir kommen kommen sie hoch du musst das muss ans mg das kann ich ja nicht rüber schwenken dann musst du irgendwas anderes machen das war mal eine richtige granate zur richtigen zeit ja krass ab und zu leistig wird ja nicht schlecht ich habe mir auch nicht war das jetzt eigentlich eine beleidigung na so das meine ich ach so okay danke ach so scheiße manu hau doch mal ab hier geht runter aufs Dings was deckt da für mehr habt ihr nicht bezahlt das ist ja auch noch ein geschützt gewesen wäre was ich hier direkt raus weil ein Hex zu trennen boah mit dem Geschütz kann ich nur gerade ausschließen links zu rechts komme ich gar nicht an oh Gott am Heck kommt gerade jede Menge rauf naaa was soll das ja ich habe kein mini pack ich bin ein bisschen weggelaufen es tut mir leid oh ich brauche Muni ich brauche Muni oh Gott oh ja wir sind Gaspack wie lange oh Schöne Gaspack ist natürlich schön an der Muni verreckt ja ja sehr geil super Sache alter Schwede ist das mal wieder Eudel ab und auch Eudel kleiner Traum ich glaube ich glaube ich habe immer noch kein oh ich bin so ein bisschen überfordert gerade mit dem Channel vernünftig einzurichten so von wegen hier so ein Alert für alle wirklichen scheiß aber geil danke 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 ich brauche Hilfe ach du simulierst doch ach du simulierst doch dem wollte ich nicht helfen dem wollte ich nicht helfen Achtung hier ähm ja rennen den doch die ganze Zeit vor der Flinte ich habe das Gefühl es wird übernicht nein aua wow wow verstaunt thank you thank you very much Lutzi oh meine Gief Tozzi ist tot ja wow wow herr schwede kamen gerade zwei gas packs hoch das ist jetzt das geht so nicht wir müssen jetzt mal zeit für irgendwas haben nein das hast du bei den munition ausfüllen auffüllen oder sowas ist schon richtig geil wieder mit munition auffüllen siehst du und schon aber wieder einen kräftigen mitkämpfer hat er gesagt wurde fack schwege wahrscheinlich irgendjemand hier ja warte mal stehen das ist lucy jetzt heilig lucy da musst du mal stehen bleiben ja ich stehe jetzt jetzt habe ich keine halle paket mehr naja aber dafür geht sie wieder gut gerade ist erschossen hätte auch auf die gezielt ja ja genau eben genauso auch gesehen aber heute alter schwede sollte in spendierlaune ist ja geil warum was tut er ich kann ich oder hinten dahinten dahinten ich muss ich muss meine ebene tiefer ich brauche mal wieder ein bisschen warum müssen wir da hinten eigentlich einen eliminieren sommer steht dann locker oder steht da ja ja weil der ruft die ganze zeit aber wo ja ganz ganz am ende der stadt ja ich weiß hinter mir hinter mir hinter mir hinter mir hinter mir gott ich brauche ich brauche ich brauche moni nein lass mich doch alle in ruhe man ich muss doch einfach mal an die schweizend ich bin nach oh gott das automatic im glück ja ich bin ein ich bin ein ich denke mal um den weg auf irgendwie so weit nach oh shit ja ich bin nach ich bin nach ich bin nach weg 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 wie lange dauern denn das wir müssen den schwarm eliminieren oh ja der hubschrauber kommt schon der hubschrauber kommt leute wenn du es noch ein bisschen durchhalten das war mal wohl 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 red bull red bull oh wow sprenger oh shit oh god oh mein bald ist leer aber ich lebe noch wart warte sind die neu ja ja den kann ich noch nicht heute gerade fragen was von mir ja diese diese dschihadisten oder die heißen alter schwede da war jemand ganz clever das war ja einfach das war echter war die sie alle zwei abonnenten 30 der schwede muss die besteuererklärung machen ja auch egal okay das ist ja mal das ist aber jetzt tatsächlich die letzte mission ich war ich war meiner meinung da wären noch missionen dazugekommen ohne dass sowas dafür bezahlen muss kann ich noch eine eine stadt kann kann die gratis dazukommen und der rest mit game of the year ich war der meinung da wäre mindestens noch irgendwie eine dazugekommen war schlitzer nahkampf kills ich nur leider 25 50 was habt ihr die ganze zeit gemacht ich bin da kämpfen und ihr stocherte mit den messern in den leuten rum was soll das tatsächlich nicht meisten kopfschuss kills 71 also ich bin ja schon im menü es fängt wieder bei new york an